Hallo, wir sind hier auf der IWA Autoclassics 2023 am Stand von Rösler. Neben mir steht der Walter Rösler, der Chef der Firma Röwer. Und er hat in der Hand eine Repetierbüchse, die wir vom Prinzip her schon mal vorgestellt haben. Die ist dieses Jahr auf den Markt gekommen. Auf der Jagd und Fund hatten wir schon die Signature im Video und im Bericht drin. Aber das hier ist jetzt ein ganz spezielles Modell. Kannst du uns bitte was dazu sagen? Ja, gerne. Das ist ein Meter. Go ahead. Wir haben hier ein Sondermodell zusammengestellt in Zusammenarbeit mit unserem Partner RWS, der für den Vertrieb in Deutschland zuständig ist. Das ist eben eine Waffe speziell mit Exklusivschaft, mit Doppelfalz auf der bayerischen Backe. Fertig ausgestattet mit einem Zielfernrohr und einem Hausgren-Schalldämpfer entsprechend als Komplettpackage. Das ist in limitierter Auflage zusammengestellt und erhältlich ab sofort beim Fachhandel. Okay. Kaliber-Varianten? In welchen Kalibern würdest du die geben? Die gibt es jetzt in 3.08 speziell mit diesem kurzen Lauf, 51 cm Mündungsgewinde. Komplett mit dem Schalldämpfer von Hauskern. Und mit unserer bewährten mittlerweile Handspannsystem. Genau. Picatinny-Schiene liefert ihr da auch? Genau. Die Picatinny-Schiene ist aus Stahl, ist schon vormontiert. Und ja, in dieser extra schönen klassischen jagdlichen Variante. Mit der bayerischen Backe mit Doppelfalz. Okay, prima. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal.